Okay, wir sind völlig übergeschnappt. Ähm... Echt? Okay. Da bin ich jetzt ja draufgekommen. Ist gut, aber kurios. Ja, die war schon schräg, ne? Nee, für dich ist das nix. Ah, ich hätte vielleicht was drücken sollen. Das war wahrscheinlich zu langsam. Wo ist denn jetzt hin? Krass. Jetzt bin ich ja doch ganz alleine hier, Mensch. Kann ich höre so... Äh... Jetzt ist wieder... ... 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 Ich glaube, wir brauchen einen Psychiater ganz dringend. Okay, nächster Tag. Jetzt sind wir also allein unterwegs. Oder mit dem Engel. Was? Das ist mir klar. Ja, Tablette werden jetzt aber was. Hä? So, wir, wir, wir. Was ist denn dieser Engel-Statue-Dingens? So, jetzt ziehen wir der Puppe erstmal die Handschuhe an. Ah, haben wir schon. Okay, ich würde echt mal jetzt gern zur Miene. Lissi? Lissi kann nicht. Bitte. Lissi! Lissi kann ich nicht drücken. Ah, jetzt. Du kannst nicht drücken auf mich. Probierst. Warum bist du so angry? Du hast nicht Angst, Edmund. Du hast nie gesehen, mein Vater? Alice will nicht mit dir sprechen. Und was ist mit dir? Du kannst mich helfen? Gott hilft diejenigen, die sich helfen. Ich brauche nicht die Hilfe der Gott. Ich brauche Lissi. Du hast aber auch? Du hast nie? Okay, bis jetzt fand ich es ja alles noch sinnvoll. Aber mit diesem Statuenengel finde ich das jetzt gerade ein bisschen... Hä? Es regnet. Ist raus eigentlich der richtige Weg gerade, oder? Ja, der Himmel. Es regnet. Okay. Wir gehen wieder rein. Hab's verstanden. Okay, gucken wir mal in die Küche. Die muss irgendwo immer drauf hocken, oder? Please. Please. Jetzt. Oh, die Mutter hat sich ja schon umgebracht, ne? Oder ist verständlich, dass man vielleicht ein bisschen überschnappt? Und nach oben wahrscheinlich? Außen regnet es ja noch. Da können wir nicht raus. Da hängt doch vorhin... Das ist doch... Bildet er sich alles nur ein? Jetzt bringen wir den Mandel nach unten wieder, oder? Die Frage ist jetzt echt, ist das überhaupt irgendwas hier real? Hä? Mandel hier nehmt? Nö? Okay, dann halt doch wieder hoch. Schauen wir mal ins Kinderzimmer rein. Ja. Das ist schon cool. Ich muss sie gut machen. Ich kann mich nicht wahren. Betty, 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 Betty. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Oh, oh. Vielleicht war sie real, ja. Schumiz! Wir wollen allein sein jetzt rufen, was aber doch wieder, ne? Okay, regnet es noch? Ja. Vögel, okay, hab gedacht, was war das denn für ein Geräusch? Okay, das Zimmer war vorhin abgeschlossen, jetzt gucken wir doch da mal, ob das jetzt offen ist, nein, okay, gut, ist ganz so still jetzt, das ist irgendwie gerade bisschen komisch. Würde ich nochmal zurück zu der Puppe gucken? Jetzt können wir den Mandel hinhängen, okay. Es ist voll schräg, der baut sich da quasi seine Schwester nach, ne? Ähm, äh, was ist jetzt los? Ah, bin ins Bett, okay, na dann, nächster Tag. Ich hasse es, dass diese Puppe da immer steht, ganz ehrlich. Jetzt rufen wir nach Betty, okay? Bitte keine Jumpscares. Heute in einem verschlossenen Zimmer jetzt, oder? Ja. Ja. Okay. Immer noch zu. Lügt da jemand? Okay, das war schlecht an dir, Anna. Hm. Ein Brief. Oh. In blgramm ist aufmachen. after decades of strife i pray that god will tell you forgive me i am tired of secrets for 20 years i have kept my silence about our discovery but my silence has only led to misfortune and my cowardice has only led to death i will make frederick pay for what he has done to us for what they have done to our ruth when it is over i will let the ocean take me to you and ruth may god forgive me i guess they will not be able to do this he had no one else to confess to what now betty johan went to confront his brother probably at frederick's farm and then okay do you want to see another game? no what is it? no it's not the betty a signpost a breadcrumb okay i followed johan to frederick frederick's farm and then to the mine yeah, then, gut, dann würde ich jetzt erstmal zum hof gehen, oder? you wouldn't let this go, betty you'd follow your story to the end all the way to the end weiss garnet wo der hof von dem is nach da lang dann wahrscheinlich schneit's jetzt auch noch? Was ist das für das? This way. Ach, ich mag das ja, wenn es ins Spiegel schneit. Okay, das ist auf jeden Fall auch die Richtung, in der die Mine liegt. Aber mit dem Licht ist es schon ein bisschen... Ah, die Musik, ich mag die Musik echt gern. Macht eine gute Atmosphäre, finde ich. Sonst geht es auch hier irgendwo rüber. Ja, genau. Das sind die Schienen auch? Am Anfang, ja. Oh, ich kann wieder rennen, okay. Also da geht es wohl zur Mine? Das ist wohl der Hof. Mittendrin ein Safe. Gucken wir uns gleich mal an. Wir können kurz hier rum gucken. Ne, nur das Safe. Okay. Oh. Ja, lustig. Das Eröffnungsdatum. Ne, das glaube ich nicht. Ich habe dir eigentlich nur Unglück gebracht. Okay, ich vermute mal, ich muss jetzt erstmal nach einem Hinweis suchen, ne? Mal zu dem Haus rüber. Hä? Okay, dann halt nicht. Zu dem Licht sieht es so cool aus. Wieso schneit es hier drin? Okay. Sieht leer aus. Ah, Steine. Todestage vielleicht. Oder Geburtstage. Vom Sohn? Tja. Nette Alte worden. Tja. September 17th, 1923. The Safe. Frederick would choose numbers that meant something to him. Why bury Simon here? And not at the cemetery. If the village blamed him for Ruth's death. Ja, dann durfte er vielleicht nicht auf dem Friedhof. Das ist dann die Frau. Da wird gar nichts dazu gesagt, okay. Dann probier doch mal. Huch. Ich tue immer auf den Sohn, oder? Ja. 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 Ja.